ja hallo und herzlich willkommen zurück zu x4 timelines ich habe nach dem letzten mal noch ein bisschen geübt und die mission mit den split noch mal gemacht und habe es auch tatsächlich geschafft dass das colony ship überlebt bis es in sprung tour kommt ich glaube ich pass ich habe ein paar sachen herausgefunden währenddessen also erstmal dass das immer noch das schiff das wir haben sich furchtbar steuern lässt das daran hat sich nichts geändert aber bist du neu ach du bist das okay du stehst okay können wir mit der reden für dich auch okay gut ja wollen wir mal hier uns das angucken und ich habe mir auch mal angeguckt also diese erst diese eine mission diese diese search and rescue oder was das war die muss ausgepackt sein die die ist eigentlich viel länger also das war ich weiß nicht was da passiert ist das da stimmt ja irgendwas nicht so wir gehen also wir kommen kern also noch mal zurück zu unserem graph 1 ja ich habe auch drei sternchen gekriegt ich war drei 23 punkte vor vierten sternchen also so schlecht war das gar nicht und ich würde sagen ich werde das jetzt noch ein paar mal machen und es aufnehmen und dann damit wir auch mal damit wir sehen dass ein lernerfolg stattgefunden hat und ja ich hoffe es gibt einen vernünftigen versuch ich habe ungefähre ahnung was ich anders machen werde ich werde wahrscheinlich nicht allzu viel kommentieren währenddessen weil es trotzdem immer noch eine menge konzentration erfordert und ich schaue ich habe es auch nur weiß ich nicht was fünf fünf versuchen einmal geschafft dass das ding überlebt aber ich bin kontinuierlich besser geworden das ist das erste was ich schon mal gemacht habe das blöde cockpit ausgeschaltet so dann fliegen wir hinter unser schiff und dann gucken wir mal ob wir das ding irgendwie finden der fliegt nämlich nach hier und stellt sich dann hinter uns und er hat ein er hat einen toten punkt in toten winkel aus dem wir ihn dieses capital chip angreifen können ohne dass er uns trifft der ist ziemlich direkt hinter ihm und üblicherweise sterbe ich beim versuch dahin zu kommen aber ja Destroy Fade.Eda ship's attacking colony ship! Engine So, und die Idee dabei ist, dass das Ding halt dann nicht mehr nah genug an unser Capital Ship rankommt und keinen Schaden mehr machen kann. Das Problem ist, dass nachher noch ein oder zwei ins System springen. Destroy Bay Dot Eta ships attacking Engines. Intercept Machines targeting Engines. Maschine Capital Ship Engage Travel Drive. Hat doch keine Engines mehr. Wieso hat das Ding noch Travel Drive? Komm mal her, du Scheiße. F. Destroy Bay Dot Eta ships attacking Engines. Ja, hab ich vor. Dauert eine Weile. Bin nicht so schnell. Okay. Ach so schnell. Ach so schnell. Maschine Capital Ship Attacking Colony Ship. Planetary Colony battling Kraven Maschine Raid. Engine. Maschine Kapital ship falling behind. All critical. Machines destroyed engine. Intercept Machines targeting engines. Das passiert? Wenn wir uns nichts bedenken. Send Machines to Junkyard. Jaja. Flieg los. F. Machine Kapital ship engaged travel drive. How much? G-taste. T-S Sorry. E-taste. 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 durchgefliegt. Einfach durch uns durchgeflogen. Come on! Diese bescheuerte... Ja, ja. Diese bescheuerte Katz-Sieen... Die dafür sorgt, dass man nicht gleich losfliegen kann. Die... Aber die neue Tastenbelegung hat definitiv schon mal viel geholfen. Ich drücke nicht mehr so oft daneben. Ja, ja. Tut mir leid, nur hab dich nicht... Ihr könnt unter den ganzen Treffern, die ihr einsteckt, unterscheiden, dass dieser eine Schuss der Hunderten die ihr da einstecken musstet, von mir kam, ja? Blöde Damm. Kontakt zur Kolonie lost. Familie Narka faves from this system. Destroy engine to slow their advance. Engine lost. Engine. Okay, Kapital ship... Nein! Oops, da. Ja, ja, ja. Kapital ship engaged travel drive. Machine capital ship shot out of travel drive. Okay, aber ich glaube, wir haben eine Engine ausgeschaltet von dem Ding. Send Machines to junkyard. Come on, come on, come on, come on. Dass man da eine Sekunde rumsteht und nichts machen kann, das ist so furchtbar. Laser tower mark one. Machine capital ship attacking colony ship. Destroy fade dot ETA ships attacking colony ship. F. Defense strong. F. 개 걸st. Die Flinchen ist endlich aus dem Weg. Die Flinchen ist besser. Flinchen ist nach der Spanne. Okay, du brauchst definitiv viel zu lange bis du tot bist. Mal gucken, wieviel. Nee, es hat nicht mehr viel gefehlt. Ähm... Aber das sind die Punkte, die fehlen. Okay, das probieren wir jetzt noch ein paar Mal. Das war schon gar nicht schlecht. Also... Ich lerne. Das war schon gar nicht mehr. Scouts returned with reports. Fleetheads onto new system to establish family holdings. No machine can prevent our way. Destroy engine to slow machine down. Dass sie das immer wieder ausschaltet. Das ist... Egal. Ehm... Engine. Turret. Shield generate engine. Turret. Engine. Okay. ... omat ¿Diala Trepa' Challenger? ätsel. Das war's für heute. okay H F F T D D D D D D D D 2 Destroy fate got an a ship's attacking colony ship destroy space got an a ship's packing engines Come on. Machine capital, ship engaged, travel drive. Machine capital, ship attacking, colony, ship. Ah, man, it's next to you. H. Turret. Shield generator. Planetary colony battling Kraven machine raid. All damage. Engines taking damage. Destroy, fade, dot, and a ship attacking engines. Danger. Fuck it. Come on. Machine capital, ship gaining on colony ship. Come on. Machines destroyed engine. F. belt源h. Defense drone. F. B. So Engines taking damage Engine lost Engine lost B Machine capital ship attacking colony ship Engine All damage Machines attacking engines Okay, we have the engines broken Okay, we have three engines Send machines to the junkyard Fight glorious battle for family Tharka Contact to colony lost Family Tharka fades from this system Defense strong Machines destroyed engine F Drive harder Dixit 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 F Dixit Dixit Defense mailing Beat Dixit Dixit Nein! Ich habe ein bisschen weniger getroffen, mit operational engines hatte ich, glaube ich, 6 in meinem Highscore, 0.5%. Ja, irgendwo habe ich da noch ein paar Punkte mehr gekriegt, aber... Das ist das Wichtige. Also man muss... Eine Sache, die ich... Das ist mir dann auch erst später aufgefallen, wenn uns unser nerviger Vorgesetzter sagt, die Machines, Attack Engines oder so, die sind dann gelb umrandet, weil das dann unser primäres Ziel ist. Wenn ich die dann auch schnell zerstöre, ich glaube, dann können wir mehr Engines retten. Ich bin da halt noch ein bisschen zu sehr darauf gedrillt, dass ich einfach das nächste Ziel anwähle auf der Tastatur und das ist aber nicht immer das nächste von diesen präferierten Zielen, die muss ich also quasi manuell da raussuchen, glaube ich. Und das mache ich oft nicht und dann ballere ich einfach 5 Minuten auf einen, auf den ich gar nicht ballern sollte. Also das kommt auch noch vor. Aber es ist in jedem Fall deutlich besser als beim letzten Mal. Also wir sehen, eine Lernkurve hat existiert. Und ich habe jetzt... Ich habe auch nicht den Ehrgeiz, hier überall 5 Sterne zu machen oder überhaupt irgendwo 5 Sterne, aber ich hatte den Ehrgeiz, euch zu zeigen, dass ich nicht ganz so blöd bin wie... Oder dass ich nur beim letzten Mal so blöd war. Also dass ich lernen kann, wollte ich sagen. Ich bin gewachsen an meiner Aufgabe. Und wenn wir noch ein Schiff hätten, was sich ein bisschen vernünftiger drehen ließe, also ein bisschen manövrierfähiger wäre, dann würde das auch noch ein Tucken mehr Spaß machen. Aber gut, das sind Splitt, die fliegen halt geradeaus hauptsächlich. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir... Hast du nichts Neues zu sagen? Du kannst nicht nach Hause gehen. Du kannst nicht nach Hause gehen. Du kannst nicht entfernt von der proper Zeit und Platz gehen. Ja. Okay. Ich habe... Ich meine, es ist faktisch nichts Neues passiert, aber ich kann jetzt wieder mit dir reden. Wisst ihr, was übrigens großartig ist? Dass ich hier nicht keinen Zeitdruck habe, das nächste Dings anzuklicken und sie jetzt nicht... Hey, was ist denn los? ständig sagt. Dass ich also jetzt hier ein bisschen reflektieren kann, was vorfällt. Ah, das ist schön. Es gibt Missionen. Zumindest ist es etwas zu tun. Aber was sind Missionen? Warum machen die Rekritte? Was macht die Rekritte? Wer sind die Rekritte? Diese Missionen tun gut? Oder ist Splitslaven eine malignende Kraft? Ja. Es ist, was es ist. All wir können tun, ist lernen mehr über dieses Ort. Wahrscheinlich. Splitslaven sieht kein Erkauf. Du musst weiter an das denken. Okay. Hast du... Greetings! Okay. Also ich muss einfach oft genug mit euch reden. Und ich glaube, es hat eine Besonderheit, dass ihr gülen seid und nicht blau in euren Anzügen. Oh, du bist rot. Oh, hier ist eine Menge los. Ist hier gerade Versammlung. Hello. Okay, du hast nichts... Also rot ist auch nicht so wichtig. Okay. The creators are bringing peace and justice to the universe. Their true purpose is unknowable. They cannot be seen by us. But they are as gods to us. And we are their agents. We are guardians directed by them to right the wrongs of the universe. To protect the generations to come. Okay. ...wield their swords in the name of peace and justice. To grow an army of guardians to fight by our side. This is our destiny. We are the guardians of 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 destiny. Okay. Now let us pray to the creators. What? May the creators smile on you, guardian Harper Donald. Pray with us when you have time, guardian Donald. Okay, now we have here another religion. We are the guardians of destiny. Yes, yes. And we are all superheroes. Greetings. Who is Mitsumo? Who is Mitsuno? Where did you hear that name? No, I can't. We agree. We don't talk about Mitsuno. Please don't ask me again. And don't raise this with anyone else. Especially MD. Oops, have I already done. What would MD say? Missions, missions, missions. Okay. So, you wanted to pray? Are you the one? Are you the one? I failed to see why you are no longer assigning recruitment missions to me. It is essential, that the Newlings are fully aware of the profound importance of the opportunity with which they are faced. Okay. You failed 25 recruitment missions, tum and tell. What am I supposed to do? You are a suspiciously intelligent and organic. In my time, the likes of you would be illegal in most of the galaxy. I demand to speak with your superior on this matter. You know you're not hurting my feelings, right? And you can demand all you like, but no one's discriminating against you. You just talk too much. You say I talk too much? Yes. My copy can only hold the impedance bubble open for a limited time. You spend so much time wittering that the bubbles collapse before you have got the recruits consent. Okay. You are implying that it is my verbosity that prevents me from completing these recruitment missions satisfactorily? Ach, recruitment missions, okay. And that's what I'm telling you. In words. Perhaps I can make some effort to be more concise in my approaches to the Newlands. Okay, okay. I'll put you back in the recruitment rotations as they come up. I appreciate your candor on this consequential matter inorganic. I can see you're already working on your verbosity. Okay. 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 Ich nehme an, du redest nicht mit mir, weil du gerade gehst. Okay. okay. Ja, es ist Egosoft. Das ist alles ein bisschen janky. Die machen Wirtschaftssimulationen im Weltraum und nicht hier irgendwelche Third-Person-Rollenspiele, wo man sich mit fully animated Creatures unterhalten muss. Das ist Neuland. Ich bin froh, dass Sie Ihre Ressourcen nicht hier ranstecken. Also es ist mir lieber, dass das hier jankig ist, als wenn der Weltraumflug jankig ist. Könntest du endlich mal stehen bleiben? Meine Herren! Okay, du redest einfach nicht mit mir. Das ist doch interessant. Okay, du auch nicht mehr. Habe ich genug mit allen geredet? Oder ist es ein Bug? Und ich meine, es heißt zwar 7.0, aber das ist ja so gesehen 1.0 von Timelines. Weil Timelines war ja die... Oder 2.0. War ja die letzte Extension. Letzte DLC. Deswegen ist das eigentlich alles noch quasi frühe Version hier. Ja, geht einfach nicht mehr. Okay, dann würde ich sagen... Ähm... Pause. So, ich... die Timelines jetzt mal neu laden. Vielleicht ist dann dieser Talking-Bug weg, falls es ein Bug ist. Ansonsten machen wir dann einfach diese Rescue-Mission nochmal. Ja, es ist wieder alles anders hier jetzt. Jetzt redest du wieder? Aber hast nichts zu sagen. Okay. Ich weiß halt auch nicht, wo gespeichert wird, weil wir fangen halt immer wieder... Grüße, Split-Friend. Okay. Es hat sich ja nichts geändert. Ich habe nur neu geladen, aber plötzlich können wir mehr reden. Okay. 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 Moment, du bist wer anders. Du bist neu. Du bist neu. Was denkst du von der Facilität so far? Es ist eine gewisse Operation, die hier vorhanden. Diese gewisse Situation, eine gewisse Situation. Split ist hier noch immer noch ein Ort. Sie haben hier noch einen Split. Sie haben hier noch einen Split. Sie haben auch einen Sait-Pult? Ah, Sait-Pult. Split-Recruiter. Split kann sie nicht auf diese Zeit nennen. Es ist Split-Nature, um die Dominanz zu suchen. Sait-Pult. Okay. Interessant. Ich meine, ich glaube nicht, dass du jetzt mit ihr interagierst, oder? Nope. Okay. Ja, da würde ich sagen, machen wir mal die nächste Mission. Beziehungsweise machen diese Mission nochmal dieses Dings her. Ähm. Die hier. Ich meine, ich werde nicht diese vier Sterne erreichen wahrscheinlich, die wir da durch den Bug oder durch das Weglitschen der Mission erreicht haben. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Achso, ich habe übrigens die Mod entdeckt, die das Problem mit den, ähm, mit den blinkenden Runden, äh, der Rundenanzeige... Ähm. Okay, wer ist hier was? Bist du das, der nicht... Kann ich nicht irgendwie... ...follow? oh. Hallo! Holy Order Fleet is detected in the vicinity. Be careful. They may be interested in our operation. Where are they? Indeed. M. 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 Ich bin jetzt. M. Ich muss hier rauskommen. Okay, ich schieße auf alles was rot ist. Machen wir es so? Okay, haben wir so schneller gekillt als gedacht? Sieht so aus. Keiner weiß mehr was los ist. Okay, also optisch sehr schön. Was haben wir in der Formen? Nur fast 60. Gar nicht so schlecht. Zeus, E. Okay, hier fliegt alle auf. Okay, da kommen wir eine ganze Menge hier. Just try enemies. Du bewegst dich nicht. Ja, warum? Wo? Wer? Was? Ich glaube, wir haben die zu schnell zerschossen und die kommen jetzt nicht her oder so? Oder was? So, ihr macht hier irgendwas, oder? Nomad, Vanguard. Ich hoffe, ihr macht hier irgendwas. Ich kann einfach warten. Das ist wieder so typische Egosoft-Experience. Ich weiß nicht, buggt irgendwas aus oder muss ich einfach warten? Weil destroy enemies. Aber es sind... Ich meine, da sind... Aber die sind so weit weg. Die müssen da... Müssen die nicht irgendwie näher kommen? M. Okay, er kommt zumindest näher. Okay. Okay. Und dann sind wir wieder. Ja, darfst du die? Um schlafen. Und dann 나가st du mal der Zettkende. Das ist vorne. Und dann? Ja, kommst du dann? Ja. Das ist jetzt. Man kommt dann, der Zettkende. M 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 Das war eine schlechte Bewegung. Ja, ja, nur habt euch mal nicht so. Okay, ja, also das ist definitiv, mit dieser Mission ist definitiv mehr los als das, was wir da gesehen hatten. Okay. Gehen wir aus dem Weg, ja, aus dem Weg. Danke. Es sind eine ganze Menge. Es sind immer eine ganze Menge, weil ich meine, sonst würden wir hier ja nicht die Hilfe von unseren Zeitreisenden brauchen, wenn hier alles easy wäre. Du bist zu nah dran an dem... Versuch es! Okay, endlich. H. Okay. 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 Kima! Okay, du bist ein bisschen schnell. Könntest du mal kurz für eine Sekunde nicht so schnell fliegen? Dankeschön. Ja, also Dockfight zwischen kleinen Schiffen macht definitiv mehr Spaß als wenn Captionships involviert sind und man selber kein Captionship hat. Oh, fuck, ein H. Das ist nicht gut. Ja, ja, ich bin zu nah am H. Das ist nicht gut. Ich habe keine Ahnung, was da gerade explodiert und ich weiß auch nicht, warum du die ganze Zeit, ich dein Gesicht die ganze Zeit sehe. Könntest du mal weghin? Resist Escape Achso, ich rede mit dir. Das habe ich echt nicht gesehen. Okay, meine Looting-Mod ist noch eingeschaltet, deswegen kriege ich den ganzen Loot. Einfach nur durch vorbeifliegen. Okay, ich glaube, wir haben... Wo ist denn überhaupt unser... Wo wollen wir denn hin? Müssen wir zu dir oder müssen wir... Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Oh. Wir sind fertig. Äh... Total Score. Wir haben weniger gekriegt als bei unserem... Was ich erwartet hatte, bei unserem Glitchy-Run. Aber immerhin haben wir es erreicht. Surviving Transportship. Nein, nein, eins. Also, es waren die Transportschiffe, die explodiert sind. Ähm... Surviving Ship in your Wing. Immerhin drei. Oxygen Ship hat auch noch ein bisschen Hall gehabt. Und wir haben 15 Aliens gekillt. Ja, ich bin zufrieden. Dreier... Also, ein legitimes Drei-Sterne-Ergebnis gegenüber dem illegitimen Buggy-Glitchy-Vier-Stern. Ist schon okay. Drei-Stern ist okay. Haben wir gut gemacht. Hat Spaß gemacht. Habt schon wieder, wie üblich, nicht sofort verstanden. Oder überhaupt auch immer noch nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Und welche Schiffe, ähm... Wir da wann beschützen müssen. Das Dumme ist diese... Ähm... Dass die... Die Namensgebungskonventionen sind mir noch nicht klar. Da brauche ich noch mehr Übung drin. Das ist halt etwas, das hat sich über X2 und dann vor allem mit X3 so eingeschweißt, dass es da ein bestimmtes System gibt, wie die Schiffe benannt sind. Und sodass ich sie auch sofort erkenne und auch auf dem... Ne? Nicht lange suchen muss. Und das ist jetzt alles anders. Und deswegen erkenne ich die Schiffe nicht mehr. Und, ähm... Zum Beispiel... Welche da... Also, ach, egal. Also, ich habe noch meine Schwierigkeiten, aber die hatte ich beim letzten Mal noch mehr. Und Schwierigkeiten sind weniger geworden. Ähm... Okay, und das Spiel ist wieder gequasht. Ne, ich kann nur... Oh, wenn ich hier Escape drücke, mache ich das Debriefing weg. Okay, das darf ich auch nicht machen, okay? Return to the Nexus. Okay. Also, ein bisschen glitchy ist es auch da, weil wir nicht unehrlich sein. Aber egal. Ähm... Ja, äh... Dann würde ich sagen, ähm... War es das für heute? Äh... Nochmal der Hinweis, den ich vergessen habe. Äh... Wenn euch das Video gefallen hat, klickt doch bitte auf den Like-Button. Ihr helft damit im Kanal. Und ihr könnt natürlich auch gerne ein Abo dalassen. Ähm... Ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir uns dann... Ich bin mit meinen Fingern auf den falschen Tasten. Äh... Beim nächsten Mal werden wir uns dann mit dem aktuellen, äh... Grafen beschäftigen, mit dem zweiten. Äh... Äh... Wir haben ja jetzt im Ersten alles erledigt. Und zwar auch legitim, wie ich finde, erledigt. Ähm... Das... Das ist auch das, was ich als Ziel habe. Also, wenn... Ich kann mir vorstellen, vielleicht ist eine Mission so schwer, dass ich auch mal mit einem Ein-Sterne-Ergebnis zufrieden bin. Aber... Zumindest, so wie bei dieser, ähm... Split-Mission, hätte ich es ganz gern, dass das Mission-Ziel zumindest mal erfolgreich ist. Oder zumindest teilweise erfolgreich. Und wir haben den Stern ja bekommen, obwohl es komplett unerfolgreich war. Das ist ein bisschen seltsam. Aber, also, ich bin da nicht perfektionistisch, aber auch nicht völlig ohne Anspruch. Und ich freue mich, was zu stellen an mir selber, dass ich ein bisschen besser geworden bin. Okay. Ja, ähm... Ich bin immer noch nicht gut, aber ich bin besser. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder mit mehr Timelines. Und mal gucken, woran ich beim nächsten Mal scheitere. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020